Wenn wir uns bei anderen Kampfsportarten, da kennt man es vielleicht, da steht man so stark und Capoeira ist dann alles weich. Ganz weich und dicht. Aus dieser Bruchposition entsteht eigentlich die noch wichtigere Position, nämlich die Jenga. Sie eben vielleicht schon gesehen haben bei uns beiden. Dieses Tanzen in den Rückfluss. Ich mach's erstmal vor. Ich kann der ab. Dann schreibt ihr quasi ein Dreieck in den Füßen. Setzt einen Fuß zurück, der man nach vorne zeigt. Und etwas schulterbreit. Und die andere Hand geht nach vorne, und zwar als Schutz. Das ist ja wie immer noch ein Kamp, und das ist dann eure Schutzhandel oder Deckung. Okay, macht mal mit. Karriere. Einen Fuß zurück. Genau. Wieder zurück. Nächsten Fuß. Und dann langsam in den Schwingen. Immer ein bisschen wippen und biegen dabei. Musik. Dann Collins vorbeige ich euch noch einmanas. Wer ist jetzt eine Hilfe? Dann molecular. Skatzen zweit. J instructorboot was jetzt ein Video kur hin. Die Worthe werden doch Higher. Dann könnt ihr noch an deinen Schwingen Journal y наблюдerv sortir e irig. Und zwar gar keine Passage gegangen im Moment.